Hey, yo, mach mal Kickflip! Ich kann kein Kickflip und deswegen nehm ich euch mit, wie ich ein lerne. Erster Versuch, gar nicht so schlecht, oh mein Gott. Ein paar Ollis nochmal üben, wer kennt diesen Trick? Ja, kann jeder. Ich hab mir ne rote Linie gesucht, da kann ich drüber springen. Ähm, ja, ein bisschen abschaken. Und? Mit den kleinen Dingen im Leben, ne? Okay, okay, mach weiter, Bro, mach weiter, Alter. Sieht schon ganz gut aus und... Oh mein Gott, ich hab ein Olli gelandet. Alter, seht ihr, wie ich mich freue? Oh mein Gott. Oh mein Gott, nicht nachmachen zu Hause, bitte.